Moin Leute, geil, wieso hat es das Mikro zerschossen? Moin Leute, da melden wir uns heute mit dem zweiten Teil Out in Bad Standing, die Kasra Zagaran Story. Der zweite Teil, wir werden wieder einige Teile von Sequenz, werden wir zusammenführen. Das sind teilweise sehr, sehr kurze Teile. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, Technik. Technik läuft und dann werden wir uns heute um das Thema kümmern. Ich finde, es ist gut aufgezogen bei Sequenz. Es geht auch in eine gewisse Tiefe. Und ich finde es sehr spannend, wie offen auch der Kasra das erzählt. Auch da werden wir heute einen Input zu machen. Ist jetzt, glaube ich, auch kein Geheimnis, wenn ich das so sagen darf. Also auch der Kasra hat sich bei mir gemeldet. Vielleicht werden wir hier mal was zusammen machen. Vielleicht kriegen wir das hin, dass wir ein Interview machen. Also auch da hat er sich sehr, sehr nett gemeldet und ist jemand, wo wir mit Sicherheit mit der Community gerne mal was machen können zusammen. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber mal ein paar Fragen vielleicht auch von unserer Seite dann stellen. Aber ich will gar nicht groß vorweg rumlabern. Wir gehen gleich in den Teil rein. Es geht heute weiter mit dem Urteil. Und ich habe ja gesehen, es kommen noch ganz, ganz viele Teile. Ich bin ja sozusagen im Osterurlaub. Ich hoffe, einige von euch auch. Und dann werden wir jetzt mal reingucken. Schön, dass ihr dabei seid. Markus, grüßt dich. Also fünf Minuten vor der Zeit ist nicht gerade Flipsis Pünktlichkeit. Ich bin sonst überüberpünktlich im Leben, aber hier über YouTube, nö. Man muss auch mal aus seiner Komfortzone raus. Und das bitte ich, wenn ich hier mal unpünktlich bin. Also, dann starten wir mal rein an das Urteil. Das wissen wir, was da gekommen ist. Lebenslängig, 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 lebenslängig. Und der Kassler hat weniger bekommen, aber trotzdem noch eine stabile Haftzeit bekommen. Und, ach jetzt mal einen Kaffee in der Grillerqueen-Tasse. Bitteschön. Dankeschön. Hier, gebe ich dir die mit. Danke, mein Spatz. Wann auch ordentlich, ne? Danke, mein Spatz. Bitteschön. So, also, Kaffee und Flieg. So. So, also. Auch für mich war immer klar, unter 10 Jahre werde ich hier nicht rausgehen. Das war klar. Mein Anwalt hat auch gesagt, ey, du wirst hier wegen das und das verurteilt. Unter 10 Jahre passiert dir gar nichts. Für niemanden. Und auch für dich nicht. Da kannst du noch so toll sein und noch sowas sagen. Keine Ahnung, ja. Deswegen hatte ich mich damit schon abgefunden. Ja, und dann bin ich da hoch. Dann gab es erstmal eine große Ansprache. Man muss es aber trotzdem sagen, wir dürfen nicht vergessen, hier ist jemand ermordet worden. Trotzdem nachher lebenslänglich und 10, 12 Jahre, die musst du erstmal zurückzählen. Ich weiß, das klingt für viele immer nicht lange, aber die musst du erstmal runterzählen können. Das ist halt auch eine lange Zeit und Strafe muss dann auch sein. Ich bin gespannt, aber ich glaube, er hat über 10 Jahre bekommen. Bei so einem großen Verfahren gibt es immer noch so einleitende Worte vom Vorsitzenden damals, Thomas Groß. Damals hat sich ja heute noch Richter am Landgericht in Berlin. Und ich weiß noch, da musste man aufstehen. Ich hatte mich so an den Gittern so festgehalten. Lockdown oder so. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann habe ich mich so nach vorne gelehnt, habe einmal durchgeatmet. Ich habe immer all die Jahre diese Lichtkontakte gehabt zu allen. Sei es zu den Abverteidigern, zu den Angeklagten, immer wer so gerade am Sprechen war. Also ich habe mich nie weggeduckt oder so. Und das habe ich beim Gericht genauso gemacht. Ich habe direkt in die Augen geguckt, also mehr oder weniger, wenn ich angeschaut habe. Und habe geguckt, okay, was kommt jetzt? Und die führen aus, führen aus. Und dann kommt ja irgendwann das Urteil und dieses Jahr lebenslänglich, 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 lebenslänglich. Freispruch für einen. Da ging es nur um den Auftrag. Ob er auch den Auftrag abgegeben, also mit initiiert hätte. Das konnte man nämlich nicht nachweisen. Freispruch. Und Kasra Zahn, 12 Jahre. Und da hieß es auch, eigentlich hätten sie auch LL bekommen, aber aus dem und dem Grund kriegen sie 12 Jahre. Ist dann wegen der Kronzeugenregelung aus den und den Sachen, dadurch, dass er dann ausgepackt hat, 12 Jahre. Ja genau, 10 Jahre mit Job und Familie, kann schnell rumgehen. Aber im Gefängnis zieht es sich doppelt und dreifach. Das ist so, das können sich Leute nicht vorstellen. Also auch gestern hat mich Martin Frost angerufen aus dem Gefängnis. Ihr erinnert euch, Martin Frost, Betreiber des Wall Street Marketplace im Darknet, der jetzt auch seine Haftstrafe absitzt. Wir haben gestern längere Zeit telefoniert und hat sich dann über das Anstalts-Telefon gemeldet. Da habe ich mich auch sehr gefreut, von ihm zu hören. Hat sich da auch ganz gut eingelebt. Das kann ich nur mal auch hier dann auch erzählen. LL ist schon eine geläufige Abkürzung in den Kreisen. Ja, LL weiß jeder. Man nennt auch Leute, die LL haben, die nennt man LLer. Da weiß man, das ist ein Lebenslänglicher, dass der dann wahrscheinlich gemordet hat. Und ja, The Iron Reference habe die Tage, letzte Folge beim Tätowieren mit einem Kunden, der selber in einem Club ist, kein 1% geguckt. Der war auch nur den Kopf am Schütteln, wie er einen Bock auf so ein Leben haben kann. Ja, das glaube ich. In 10 Jahren hätte man noch Abi machen können und Studium. Flair erzählt, der redet viel Müll. Ja, das mit Flair ist hier auch runtergenommen worden. Ich weiß es nicht, aber Flair war ja auch immer so ein bisschen dieses Rap-Game und so halb kriminell und dann doch nicht und Musik. In seinen Videos waren auch Hells Angels drin. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass was der Kasra hier erzählt, das entspricht einer gewissen Wahrheit. Wahrheit ist immer ein bisschen so eine Empfindungssache, ist immer ein bisschen subjektiv. Meine Wahrheit, seine Wahrheit. Aber wir widmen uns jetzt erstmal, was hier drin ist. Ja, 12 Jahre genau und dann zwei Drittelstapel für nichts und wieder nichts verschenkte Zeit. Die Tochter wird ohne einen Groß. Ja, genau so ist das. Also man muss davon ausgehen, dass man vielleicht nach 8 oder 9 Jahren rauskommt, vielleicht vorher offener Vollzug. Aber ich habe ja auch gehört, auch Cardi Party soll schon in begleiteten Ausgängen sein. Da muss man dann immer mal gucken, was nachher im Endeffekt wirklich final abgesessen wird. Das war schon heftig. Also ich glaube, so ein Urteil gab es noch nie in der Berliner Justizgeschichte. Ich glaube, 8-9 Mal lebenslänglich ist schon heftig. Und was noch im Nachhinein kam. Ich will ja auch gar nicht wissen, wie die Stimmung da so untereinander ist. Wenn du da wirklich mitgelaufen bist und du wusstest nicht, dass der dort gleich ermordet wird. Digga, und dann sitzt du dann LL ab. Digga, glaub doch nicht. Du wirst trotzdem vergessen im Knast. Dein Leben bricht trotzdem alles. Das ist gut und schön. Und du darfst nicht vergessen, das machst du für irgendwelche Abzeichen oder irgendwelche Symbole. Damit hat keiner gerechnet. Haben sie gesagt, war die Polizei so. Also diese Abteilung, man muss aufpassen. Nicht jeder Polizist ist so, nicht jede Abteilung ist so. Es sind ja viele Abteilungen, viele Mitarbeiter. Die Abteilung, die dieser ganzen Thematik drin steckte, gerade dieser V-Mann-Informationsabschöpfungsquellen, die so Informanten haben, die auch bezahlt werden, alles sehr zwielichtig ist, sehr unsuchtendurchsichtig ist und viele Dinge einfach auch dann so nicht kommuniziert wurden, gedeckelt wurden. Ein Polizist wurde der Lüge überführt, Falschaussage, hat das Gericht gesagt, wir können hier gar nicht sagen, ob das die Polizei, also die Abteilung, das hat nicht let it happen on purpose, hat einfach laufen lassen, um ihr Ziel zu erreichen, eventuell dieses Charter einfach abzuräumen vom Spielfeld der Straße. Ja, verstehe ich den Input. Also Polizei ist darauf angewiesen. Ich bin grundsätzlich ein Vertreter des Rechtsstaats. Einfach zu sagen, der Rechtsstaat soll sich an seine Regeln halten, aber ich glaube, dass viele Polizeidienststellen, besonders im Bereich organisierte Kriminalität, schon mal die Grauzone berühren. Habe ich auch schon so erlebt. Ich muss nur genau nachdenken. Habe ich auch schon so erlebt. Natürlich, wenn es um einige Durchsuchungen und so ging, wo ich sage, das hätte kein anderer bekommen, aber ich war grundsätzlich immer schuldig, das muss ich sagen, ich war schon grundsätzlich schuldig. Und natürlich ist da immer ein Gefahrenpotenzial drin, wenn du bezahlte V-Leute hast, Informanten und so weiter, dass die teilweise ihre eigene Agenda haben, dass sie versuchen, Zwiespalt, Zwietracht in den Clubs zu sehen, ihre eigene Agenda haben. Dort versuchen, Leute zu diffamieren, sie verhaftet zu bekommen, weil sie persönlich mit ihm Streit haben und sonst irgendwas. Aber na klar, die Polizei ist zielgerichtet. Trotzdem glaube ich, dass da schon, genauso wie er das hier sagt, ab und zu dann in eine absolute Grauzone reinkommt. Aber so wie der Vorsitzende Richter das dann auch gesagt hat, nicht mit Absicht, sondern weil die Dinge dann einfach laufen. Die hatten auch einen enormen Ermittlungsdruck. Das muss man auch sagen. Es war eine wilde Zeit in Berlin. Wie gesagt, da gab es, die haben Krieg geführt auf deutschen Straßen. Das waren teilweise bürgerkriegsähnliche Zustände. Auch besonders der Kampf Hells Angels gegen Bandidos und so. Und da war der Staat auch unter Zugzwang. Muss man dann, ja, kenne auch unrechtmäßige Hausdurchsuchungen. Aber willst du danach sagen, wenn sie was gefunden haben? Ist so, heller Code. Ist so, genau so. Ich kann nicht ausschließen, dass Teile der Polizei das haben einfach laufen lassen. Ganz bewusst. Um ihr Ziel zu erreichen. Das Ziel Hells Angels, Cardi Party, Berlin City. Was ja das Charter damals war in Europa und speziell in Deutschland. Ja, die waren halt auch so bekannt und so in den Medien. Sie haben sich natürlich auch massiv stargestellt. Also es war das erste Mal so, dass ich auch gedacht habe, okay, wir haben jetzt hier, wir haben jetzt so kriminelle Rocker-Superstars. Der erste Rocker, der bekannt wurde, ist dann so Frank Hanebut, glaube ich. Den dann so jeder kennt, der irgendwie als Rocker, Biker, Krimineller unterwegs ist und so weiter. Aber die wurden dann auch sehr, sehr bekannt, weil sie sich halt auch gezeigt haben in Rap-Videos, über ihre Instagram-Profile. Und halt auch gesagt haben, Berlin gehört uns, das gehört uns, wir sind hier die Mächtigs mit uns, mischt keiner mit. Das ist dann nicht nur Aufmerksamkeit von irgendwelchen Fanboys bei Instagram, die man kriegt, sondern auch Aufmerksamkeit der Polizei, die man dann kriegt. Das muss man ganz klar sagen, das ist jetzt keine, keine, ich will jetzt niemanden irgendwie zum Ritterschlag oder wie wir es gut finden, aber es war einfach so. Die Manpower, die Gewalttätigkeit, die wir damals ausgeholt haben über das Charter oder sein Charter, ich natürlich auch mit, war nirgendwo in Deutschland zu finden. Nicht in NRW, nicht in Köln, nirgendwo. Und auch in Europa erst, glaube ich, wieder mit den Nomads in Dänemark, die auch extrem gewalttätig sind. Die haben uns nochmal so übertoppt mit, weiß nicht, 30 Morden irgendwie so. Ja krass, um was es dann für eine Stellung geht, man hört hier ja so raus, dass es dann nochmal um die Stellung im Club geht. Wie wird unser Charter angesehen? Und da wurde ganz häufig untereinander gelästert und das war nicht nur bei den Hells Angels so, das war bei den Bandidos so. Das war bei Gremium so, das ist wahr, dass sie dann gesagt haben, ja, das und das Charter ist ein Kampfcharter, das ist ein richtig gefährliches Charter, da sind gute Leute dabei. Und dann haben sie über andere Städte, haben sie gesagt, ja, nee, das sind Lappen und so weiter. Ja, das sind halt unsere Brüder, aber die kriegen nichts auf die Kette, die kriegen in ihrer Stadt nichts auf die Kette, die werden ausgelacht und sonst irgendwas. Da geht es viel um Stellung. Es geht, man wusste ganz genau, welche Charter wie, welchen Ruf haben. Das kam aber auch immer darauf an, wie sie geführt worden sind. Ich sage es ja, nicht jeder der Präsidenten war immer auch ein Kriegspräsident. Also viele, die dort drin sind und dort aktiv waren, das waren auch einfach harte Geschäftsleute. Die waren halt in dem Club auch nicht unbedingt, weil sie Motorradfahren geil fanden, haben wir jetzt hier auch noch nicht viel gehört. Die nicht unbedingt Motorradfahren geil fanden, aber sie fanden das Image gut, sie brauchten den Club im Rücken, aber es waren Netzwerker. Das waren Netzwerker und Businessleute. Das waren Businessleute. Ja, B-Lib schreibt gerade, die Polizei hat vor Gericht den Vorwurf bekommen, dass sie von der Gefahrenlage des Opfers gewusst haben, bewusst nicht eingegriffen haben, um sie ranzukriegen. Ja, der Vorwurf war da, dass sie den angeblich geopfert haben, damit sie das Charter und Cardi-Padi zumachen können. Aber hätten Leute wie Hanabu, Django und die Einflussreiche nicht auf die einwirken können, dass sie es nicht übertreiben, ein Vereinigungsverbot war doch absehbar. Irgendjemand hat mir dann mal erzählt, die waren unführbar, waren nicht führbar. Aber egal, ob auf den Deutschland-Meetings oder sonst was, da gab es kein Sprechen. Die Charter können immer wieder auch sagen, ja, das ist Charter-Business, das geht ein anderes Charter nicht an. Was wir in Berlin machen, geht euch in Hannover, in München, Stuttgart, geht euch nichts an. Da haben sie gesagt, um dem auch rechtsstaatlich gerecht zu werden, ziehen wir jedem Angeklagten zwei Jahre schon mal ab. Das heißt, wenn du 15 Jahre bekommen hast, hast du offiziell 13 schon gesessen, also kriegst du 13, bei zwei du schon gesessen hast. Das haben sie gesagt. Das war relativ hoch, das gab es wohl noch nicht. Wurde später dann auch vom BGH kassiert. Aber damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Und da war für mich klar, okay, dann fängst du an so Eierrechnung zu machen. Okay, alles klar, 12 Jahre, hast du schon gesessen, dann rechnen die zwei ab, ey, die pinchen auf zwei Drittel. Vorzeitige steht unmittelbar bevor, rechnerisch. Also es gibt ja so Halbstrafe, vorzeitige und zwei Drittel. Und für mich war dann, ja, schon so, ey, im Rahmen des Möglichen kannst du schon entlassen werden. Also gar nicht irgendwelche Deals oder so, sondern einfach stellst einen Antrag vorzeitig und das ist rechnerisch alles im Normenbereich, weißt du. Das ist ganz normal, diese Rechner rein, diese Rechner rein machen alle, machen alle im Klassfall. Hier müssen wir einmal kurz an der Nachricht gucken. Ach, das ist natürlich eine Sprachnachrichtung nachher. Und diese Rechner rein machen alle, die teilweise, ne, dann wird U-Haft angerechnet oder Härte angerechnet, dann zwei Drittel waren offener Vollzug und immer Anträge stellen kannst. Du kannst ja immer wieder auch deine Entlastung prüfen lassen, aber das Gerechner ist Standard. Die Staatsanwaltschaft hat natürlich Berufung in Revision eingelegt und die Gegenseite ja auch. Also die Anwälte, die lebenslänglich bekommen haben, außer der Freispruch natürlich. Und wir erstmal profilaktisch auch. Mein Anwalt macht man automatisch erstmal, um auch Zeit zu bekommen für das Urteil. Und die Staatsanwaltschaft damals hat gesagt, wir akzeptieren diese zwei Jahre nicht. Es kann nicht sein, dass jemand eine Straftat begeht, speziell einen Mord. Und dann, nur weil die Polizei, die sind nicht der Überzeugung gewesen, dass das so schlimm gelaufen ist, zwei Jahre zu kassieren als Goodie, sehen wir nicht ein. Und haben dann gesagt, nee, das lassen wir nicht zu. Ich will nicht zu viel ins Detail gehen, weil ich da schon auch, ja, weißt du, wenn da so Gespräche stattfinden, ich will nicht den falschen Eindruck vermitteln. Aber da gab es natürlich auch Gespräche zwischen mir, meinen Anwälten und der Staatsanwaltschaft. Also, wie für mich, zu tief will ich da nicht reingehen. Aber da hieß es dann, wir sehen davon ab, ihm gegenüber diese zwei Jahre eine Frage zu stellen. Klar, das ist halt der Bonus, den man dann bekommt, weil man dort Kronsteuge dann war, dort ausgesagt hat. Hier kommt auch immer mal ein bisschen Halbwissen, das weiß ich nicht. Ich habe mitbekommen von den Leuten, die ins Wettbüro rein sind, nur noch drei im Club. Das kann ich nicht verifizieren, aber es kann gut sein. Ich glaube nicht, dass alle noch dabei sind. Aber hier geht es dann darum, na klar, wird dann hinter den Kulissen gedealt. Das und das. Da wird dann schon so darauf hingearbeitet, dass man dann zügig entlassen wird. Und es gibt ja dann auch immer eine Empfehlung von der Staatsanwaltschaft. Helmelinger, Dankeschön. Gibt es dann ja auch immer eine Empfehlung von der Staatsanwaltschaft, ja, wir, die Staatsanwalt könnte dann sich dazu äußern und sagen, nein, wir sind gegen eine Vorzeigeentlastung, wir sind gegen zwei Drittel. Wenn du dann eine Empfehlung von der Staatsanwaltschaft bekommst, zum Landgericht das dann geht und sagt, ja, wir befürworten das, Herr Zageran wird empfohlen, auch in den offenen Vollzug zu stecken oder zwei Drittel zu gewähren, dann bist du so gut wie durch, wenn die Staatsanwaltschaft dem schon zustimmt. Weil wir der Meinung sind, der Mann hat genug gebüßt. Der sitzt seit sieben Jahren in Isolationshaft, hat sich vernünftig verhalten, hat diese Thematik mit aufgearbeitet. Wir wollen ihm da jetzt keine Steine entgelegen, ja. Und dann war ich der Einzige, der das dann von denen, also der es dann zugestanden hat, bekommen hat. Und dann war die Rechnung relativ schnell, okay, rechtskräftig ist es dann schnell geworden, nach einem halben Jahr hin und her. Sieben Jahre Einzelhaft macht natürlich auch was mit dir, ne. Da braucht man nicht drüber sprechen, kann sich jeder mal vorstellen, sieben Jahre Einzelhaft. Ist natürlich auch ein Brett, das ist auch Strafe. Ist Strafe, sind schon erschwerter Haftbedingungen. Und ja, und dann habe ich den Antrag auf vorzeitige Lastung gestellt. Also Sequenz, das hier gut gemacht. Wie gesagt, sind immer kurze Teile. So, jetzt muss ich den anmachen. Man könnte ja sagen, ich habe ein Gräuel gegen die, ja, die haben mich da mit reingezogen. Die und die sind Punkt, 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 so, der, so, 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 Punkt, Punkt und so. Das habe ich nie gemacht, weil ich immer versucht habe, okay, Ethiker, du hast dich selbst da reingemacht in die Situation. Du hast... Ja, hier merkt man natürlich dann auch schon eine Reflexionsebene, ne. Ich weiß nicht, ob mir das damals bei Hyperbol fehlte, aber hier ist natürlich schon eine Reflexionsebene, ne. Das ist so, seitdem ich selber auch nicht mehr losgehe mit Leuten, die gewalttätig sind oder voller Hass sind, passieren mir diese Dinge auch nicht mehr, ne. Wir haben uns selber in diese Clubs gebracht, selber in die Kriminalität gegangen, dazu haben wir uns entschieden. Und dann darf man halt auch nicht, äh, darf man halt auch nicht jammern oder meckern, wenn man dann irgendwann mit Flöhen aufwacht oder mit Haftstrafen, ne. Trotzdem glaube ich schon, dass es ein bisschen mitschwingt. Das würde mich auch interessieren, eine Frage an Ihnen, ob man... Trotzdem ist man ja, wenn man es nicht wusste, dass jemand da gleich reingeht und mehrmals auf das Opfer schießt, dass es hier zu einem Mord kommen wird. Also ich wäre, ich wäre dann schon angepisst, so einfach vom Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Hm. Ähm. Naja, aber auch nur, weil er ausgesagt hat. Das war vermutlich auch sein Ziel, nicht einen Mord aufzuklären. Steve, um die, um die Beweggründe können wir nicht sagen, warum wer was macht. Es kann auch Enttäuschung mit der Gruppe sein. Du wirst damit reingezogen. Ähm. Ich, das, 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 können die Leute nur selber sagen, wir müssen erstmal davon ausgehen, dass jemand das dann gemacht hat. Einfach, weil er dann ja auch mit dem Leben, also er wusste ganz genau, wenn er, wenn er diesen Schritt geht, dass er dann auch mit diesem Leben abschließt. Das Leben ist dann in diesen Kreisen für immer zu Ende. Ja, ich finde auch, Bileb schreibt auch gerade, ich finde ihn jetzt auch reflektierter, das ist so, diese Reise musste ich ja selber machen. Die Reflexion kommt über die Jahre, wenn man sich selber beschäftigt, mehr Distanz hat zu Gefängnis, mehr Distanz zu den Gruppen, mehr Distanz zur Polizei, mehr Distanz zur Staatsanwaltschaft, dann hat man auch mal Zeit, über die Dinge nachzudenken. Und da kommt natürlich eine ganz andere Reflexion draus, als kurz nach dem Knast. Die Tat nicht gewollt, aber am Ende des Tages hast du dich in die Semilie bewegt. Am Ende des Tages ist es dir passiert und nicht XY, weil XY nicht in solchen Kreisen sich bewegt, sondern ich. Guck mal, so einfach, so einfach. Das müsste man den Leuten aufzeigen, vorspielen, umgibst du dich mit diesen Leuten, gehst du in diese Clubs rein, gehst du in die Kriminalität, dann werden dir diese Dinge passieren. Du wirst mit Gewalt konfrontiert werden, mit Betrug, Lug, Neid, Eifersucht, Gier, all diese Dinge kommen da um die Ecke. Du umgibst dich halt mit Kriminellen und kommst du in diese Dinge auch rein. Und Kasra ist ja auch kein Kind von Traurigkeit, was wir nachher noch herhören werden. Und das ist halt das Leben, das man führt und dann kommt man in diese Dinge rein. Und das war im Nachhinein auch absehbar und auch was alles passiert ist, weißt du so. Im Nachhinein ist man immer schlauer und es gibt auch heute die Leute, die noch sagen, ja, warum hat er nicht durchgezogen, selber schuld, wenn man so glücklich wird, ja. Weißt du, das ist immer einfach gesprochen. Aber ich finde, die Erkenntnis ist, glaube ich, nie zu spät und ein Wandel, weißt du. Und das ist immer wichtig, dass man es irgendwann erkennt. So einfach, also die Rechtfertigung braucht man gar nicht machen. Der Vorwurf wird immer kommen, aber hier schreibt auch gerade jemand, es ging um die Enttäuschung in der Gruppe und das hat ihm die Aussage erleichtert. Das ist so, ja, und bleib dabei, das sagen die Leute immer mal schnell. Sitz mal ein LL ab für ein Abzeichen nachher auf einer Kutte, die du in Deutschland nicht tragen darfst. Ja. So war es bei anderen Jungs auch, das weiß ich ja, weißt du. Und ich habe ja auch ein paar Jungs da kennengelernt, die auch wirklich in Ordnung waren, aber die einfach auch so hoffnungslose Fälle waren einfach. Scheiß Elternhaus, scheiß Umstände, auch schwer traumatisierte Jungs, einfach Defizite hatten und so, weißt du, die einfach auch nicht ganz kussbar waren, sagen sie mal einfach so. Aber trotzdem so feine Kerle. Aber die einfach nicht sich getraut haben, diesen Schritt zu gehen, weil sie wussten, da ist zu viel, die verlieren einfach zu viel. Weißt du, ich bin ja kein Berliner gewesen im Sinne von, ich bin nicht in Berlin aufgewachsen, sondern in Hamburg. Ich bin ein Hamburger Jung. So, das sind Jungs, die sind in Berlin aufgewachsen, die haben dort Eigentumsbewusstsein, die haben ihre Mutter, Vater, Leben, die kennen nichts anderes. Weißt du, gerade so Berliner Jungs aus der Generation, wo ich herkomme. Ich glaube halt, ich glaube, dass viele da gehadert haben und überlegt haben, vielleicht diesen Schritt zu gehen, aber er beschreibt das sehr gut. Wenn es nur um mich gehen würde, dann wäre, oh, jetzt habe ich das, oh, was habe ich denn jetzt laut gemacht, oh, Entschuldigung. Wenn es nur um einen selber gehen würde, sondern die Gedanken da sind, da werden viele in der Zelle gesessen haben. Gehe ich diesen Schritt, mache ich das? Das werden viele von denen nie äußern, aber ich würde sagen, da haben einige Monate und Jahre lang mit sich selber mit sich gehadert. Ja, ich kann, es ist alles aufgedreht, mein Ton und der Ton vom Video. Ich kann alles nicht lauter machen, es tut mir leid. Mehr kann ich nicht machen, mehr kann man nicht rausholen, hier aus diesem Mikro hier vor meinem Gesicht. Das hängt schon direkt vor meinem Gesicht. Also Leute, es ist so, wie es ist. Sei denn jemand, der will mir ein neues Mikro sponsern. Dankeschön. Die Generationen, wo ich herkomme, die in Berlin leben, das sind so alles noch so Kiezjungs. Das sind so Bezirks, Wedding, 65, Neukölln, Kreuzberg, 36 Boys, das ist alles noch ein ganz anderer Film wie heute zum Beispiel. Und die sind so eng in ihrer Community, in ihrer Hood, so, sag ich jetzt auch mal, oder in ihrem Bezirk verwurzelt. Die sind teilweise noch nicht mal, ich kannte welche in Berlin, die sind... Mensch, schreibt Flipsi, manche sagen, du bist und warst doch schon immer ein Systemling. Ja, ich bin jetzt wieder ein guter Systemling. Ah, ja, ich war 20 Jahre lang ein Systemling, als ich in diesen Milieus unterwegs war, im Rechtsextremismus und der Kriminalität war ich ein Systemling. Eieiei. Wer sagt das, irgendwelche 18-Jährigen im Internet? Mann, 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 Mann. Ah, okay. Leben 30 Jahre in Berlin, war nicht einmal im KDW. Weißt du? KDW, dieses Kaufhaus des Westens, dieses Bonzen-Begner. Zum Beispiel, das muss man sich mal vorstellen. Weil die nie aus ihrer Gegend rauskommen. Oder raus wollten oder nicht konnten oder was auch immer. Und für die war es unvorstellbar. Aber super Kerle. Da waren natürlich zwei, drei dabei, wo ich auch wusste, die haben nichts damit zu tun, die wussten es nicht, so wie ich. Und singt aber noch Sangenklang mit Unterjahren. Also wenn man sich das so vorstellt, wie er das erzählt. Ich meine, du musst dir in die Lage, dass wir es jetzt okay klart. Wir haben es in dem ersten Teil auch schon gesagt. Wenn du davon ausgehst, da wird jetzt jemand zusammengeschlagen, bestraft vom Club und dann auf einmal kriegst du LL. Digga. LL kannst du dein Leben trotzdem komplett danach, wenn du danach rauskommst und danach auch wieder bei irgendwelchen Straftaten erwischt wirst, Digga, da hagelt es Strafen. Danach, du bist ein Leben lang, bist du mördert. Du hast, das bleibt ein Leben lang in deiner Akte. Und danach, bei den kleinsten Delikten, gibt es immer krasse Strafen. Die sind auch heute offiziell nicht mehr im Club. Die sitzen dann lebenslängig für etwas, was sie nicht getan haben. Also in der Höhe, in dem Strafmaß und sind nicht mal mehr im Club. Das heißt, du wirst nicht mal mehr vom Club draußen unterstützt, kriegst da keine Briefe, keiner bezahlt dir deine Dinge, du hast dein ganzes Leben verloren, jetzt hast du nicht mal mehr den Club. Boah, also da will ich mir die Situation von einigen gar nicht vorstellen. Ich glaube, wenn man LL hatte und man kommt raus, kriegt man sowieso Führungsaufsicht und fünf Jahre Bewährung oder fünf Jahre Führungsaufsicht noch, ne? Ist das so, ich glaube, du bekommst Führungsaufsicht. Als LLer bekommt man grundsätzlich Führungsaufsicht. Ja, mit Motorradfahren hören wir nicht viel. Das ist jetzt keine Überraschung. Aber ich glaube, grundsätzlich als Lebenslänglicher bekommt man danach fünf Jahre Führungsaufsicht oder eine Zeit lang Führungsaufsicht und fünf Jahre Bewährung. Aber das ist jetzt gerade gefährliches Halbwissen. Okay. Beides. Also nicht mal dafür, wo sie dann dachten, sie gehen in den Club, ist jetzt noch da. Äh, in den Knast ist noch da der Club, sondern es ist gar nichts mehr. Sie kommen raus, haben 15, 16 Jahre Lebensverloren und haben nicht mal mehr irgendwie ein Auffangbecken. Es ist natürlich gut, dass sie nicht mehr da drin sind, aber so, weißt du so. Harry, danke schön. Und du darfst ja auch nicht vergessen, da werden auch, äh, Schulden werden auch ohne Ende sein. Ähm, nur alleine das Gerichtsverfahren, solange wie sie das gezogen hat mit den Anwälten, äh, da kommt es auch noch raus mit mega Schulden. So ein Berg, man ist völlig, völlig krank so, ja. Und die tun mir natürlich leid. Und ich hoffe für die, dass die Jungs da gut durchkommen und auch die ihren Weg finden und dann irgendwann auch ein normales Leben führen können. Äh, das hoffe ich für jeden. Und selbst für Kadi, hoffe ich, dass er irgendwann mal sauber am Kopf wird und, äh, sich mit sich selber beschäftigt und seine Sachen einsieht und irgendwann einen geraden Weg geht. Das werde ich nicht, äh, glaube ich, nicht erleben in diesem Leben. Das wird er mit Sicherheit nicht, aber, ähm, das ist so mein Mindset, ja. Also ich wünsche niemandem, was schlecht ist. Äh, das habe ich damals nicht getan. Und, äh, ja. Man muss sich, äh, weißt du, Selbstreflexion ist so der, äh, der Oberwettwürf, glaube ich. Ja, braucht man gar nicht jetzt viel kommentieren bei ihm. Ich finde das richtig gut. Also da ist auf jeden Fall noch immer eine krasse Veränderung zu den ersten Interviews. Ist das, äh, ja, ich weiß, die, na, die wollten den schon nicht nur streicheln. Das weiß ich auch. Klar ist da jemand mit Maske rein und die Waffe mit, aber trotzdem muss er davon ausgehen, so dilettantisch, wie es gemacht ist, dass alle anderen hinterherlaufen, die das wirklich wussten, dass der eine das gesagt hat, du weißt es nicht, was besprochen wurde. Vielleicht haben sie gesagt, wir schießen den ins Bein oder sonst was vor. Und dann hat er die Waffe gezogen und gesagt, ach, jetzt scheiß drauf, jetzt knall ich den ab, ich habe eine Maske auf, mich erwischen die nicht. Keine Ahnung. Das ist mir klar, dass sie da nicht nur hinwollten und eine Ohrfeige verteilen wollten. Das ist mir schon klar. Das wird auch dem Kasra klar gewesen sein. Ich muss selbst reflektieren und sagen, okay, das ist mein Fehler. Obwohl ich mir die Fehler einer anderen zitiere. Das ist ja heutzutage auch so ein Gesellschaftsding. Alle sind immer schuld, bloß ich nicht. Und ich finde, es ist nicht einfach. Ich habe auch damit zu kämpfen gehabt, aber ich glaube, sich selbst zu hinterfragen, ist ein wesentlicher Bestandteil, auch zu reflektieren, auch zu verändern im Positiven. Weil wir haben alle so unsere Baustellen, jeder Mensch weiß. Und deswegen, ja, auch die Jungs da. Gut, gut, holt mich ab, holt mich ab. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist die Reflexionsebene, die muss da sein. Und ich kann ja auch nur hoffen, dass vielleicht manche andere da dann rauskommen und dann sich für ein anderes Leben entscheiden. Ja, ist eine starke Aussage, ist so, Bilib. Ist so. Man merkt halt auch so, der Groll ist ein bisschen weg. Ich habe das von dem alten Video noch so in Erinnerung, dass da auch so viel Groll noch war. Ich glaube, das spürt man jetzt hier weniger. Ja. Muss jetzt ein bisschen schauen. Die Infos, die ich habe, das sind natürlich interne Infos. Ich bin natürlich niemanden, weißt du, ich bin da schon loyal zu den Leuten, die ich arbeite und muss auch professionell sein. Was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, dass die Geschichte sind auf jeden Fall in dieser Art und Weise, wie es damals war. Ja, also wer die Illusion hat, dass irgendwie die Jungs rauskommen und dann nach 15 oder 20 Jahren rauskommen und dann irgendwie noch wieder ihr Charter so aufbauen und dann wieder die Position dort in Berlin einnehmen werden, das wird nicht passieren. Also die werden so schnell zerschlagen werden und unter Überwachung kommen und wieder in den Knast kommen, so schnell können die nicht 81 sagen. Also das ist ganz klar. Das ist zerstört sowieso. Das wird, glaube ich, auch erst mal nicht mehr so kommen, dass ein gewisses Gewaltmonopol irgendwie einer Rockergruppierung oder einer Gang übergeben wird. Ja, Elizio, auch das kann ich sagen. Ich habe ja mit Kassler gestern Kontakt gehabt, der hat sich bei mir gemeldet und ich habe ihm das auch gleich gesagt. Bei Kassler merkt man einfach, dass er eine Intelligenz besitzt. Das ist natürlich im Prozess einer Veränderung sehr hilfreich, wenn man natürlich eine gewisse Grundintelligenz mitbringt, reflektieren kann, über sich selber nachdenken kann, über andere, mein Tun, deren Tun, Schicksal. Ja, falscher Zeit, falscher Ort, falsche Leute, falscher Charakterzug, all diese Dinge, da hilft es natürlich, dass man da zumindest ein paar Gehirnzellen mitbringt. Das ist hier natürlich, das merkt man hier. Ja, die können ja die Kunden vom LKA zurückholen, ja. Also das werden die in Berlin nicht mehr zulassen. Das wird es so in nächster Zeit oder nicht mehr so geben. In dieser Gewalttätigkeit, in diesem strukturierten, gewalttätigen Ausmaß, in dieser Art und Weise, auch mit diesem Leadership von Kadir Padir. Diverse zentrale Personen sind auch gar nicht mehr im Club, die den Club auch wirklich zu dem geformt haben. Das war ja nicht nur er, sondern auch ein paar andere. Die gibt es nicht mehr, sind raus. Und aus diversen Gründen. Und deswegen sind die so eigentlich nicht mehr so relevant, wie vor 10, 12, 13 Jahren. Trotzdem muss man sich das immer wieder vorstellen, gehst du aus dem Club raus, wofür du ein LL bekommen hast und hast es selber nicht mal abgedrückt. Ich weiß, das ist immer wieder ... Aber da dann auch raus zu sein, das ganze Leben darauf aufgebaut und ... Ich sage mal so, die waren ja auch alle erst so um die Mitte 20, bis Mitte 30 oder so waren die alt. Ei, ei, ei. Da setzt sich keiner mehr großartig viel mit denen an den Tisch, sondern die sind dann so, ja, die aus dem Bedding da. Zu meiner Zeit war das ja so, wir haben uns mit Arafat an den Tisch gesetzt, die mussten sich mit uns an den Tisch stützen. Wir haben uns mit den Ramos an den Tisch gesetzt, wir haben uns mit den Al-Seins, mit den Schahlus, mit allen möglichen Großfamilien, die irgendwie, die Miris, die irgendwie in Berlin, in der Unterwelt und im Nachtleben zu tun haben, die Geld machen, mussten sich ja mit uns auseinandersetzen, weil wir einfach eine Partei waren, die konntest du nicht umschiffen. Und viele wollten ja dann auch mit uns gut sein, weil sie keinen Krieg wollten. Ja, ist halt ein krimineller Kuchen, der auch aufgeteilt wird. Ja, Holger Bossen wird jetzt der neue Anführer. Ja, Holger Bossen ja auch rausgeschmissen. Im Schlechten soll er ja in die Clubkasse gegriffen haben. Ja, jetzt werden hier immer wieder Namen, ich will nicht alle Namen vorlesen, auch die Leute haben ein Recht auf Persönlichkeit, egal, ob sie dann selber in die Öffentlichkeit mal gegangen sind. Aber hier werden natürlich gerade auch Namen von Hells Angels Größen reingeschrieben. Ich habe das im ersten Teil auch gesagt. Viele alte Charter und auch viele Anregungen fanden das nicht gut, was die da in Berlin gemacht haben. Die haben versucht, darauf einzuwirken und haben gesagt, Berlin einfach nicht führbar. Egal, ob dann auf den Deutschlandmeetings irgendwas beschlossen wurde oder sonst irgendwas, haben die gesagt, es war nicht zu steuern. War nicht zu steuern. Einige werden trotzdem auch froh gewesen sein, als die verboten worden sind und als die inhaftiert worden sind. Einfach für die Ruhe in der eigenen Stadt, Ruhe für den eigenen Club. Das wird kaum einer öffentlich sagen. Das werden aber einige gedacht haben. Und es gab ja auch viele persönliche Differenzen. Vorher, wo Kadir Padir noch mit seinen Jungs bei den Bandidos war, haben sie schwer Krieg geführt gegen die Berliner Hells Angels, wo die Hells Angels in Berlin eher schlecht aussahen gegen. Ja, und dann nenn mal jemanden sechs Wochen später Bruder, der irgendwie vorher dich im Auto angehalten hat mit seinem Club und dir versucht hat, ein Bein abzuschlagen mit der Machete. Den, sag mal, den nennen danach mal Bruder. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das gibt es heute so nicht mehr. Also extrem schwache Struktur, was gut ist. Aber im Nachhinein wird halt keiner mehr getötet. Gut. Das war auch schon wieder ein Teil. Ja, wo fange ich an? Rühre ich auf. Ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, eine normale Arbeiterfamilie. Also jetzt nicht mega reich, aber auch nicht arm. So eine ganz normale Arbeiterfamilie groß geworden. Intellektuelle Familie. Meine Mutter war... Ralf schreibt, man muss so Kleinigkeiten auch mal überwinden können. Ja, genau. Das mit der Machete war ja halb so schlimm. Stell dich nicht so an, Bruder. Ja, sollte man da nicht der Clubführung die Schuld geben? Klar. Klar. Das ist ja auch so, dass die so viel Macht hatten, die konnten sogar auf andere Charter überstrahlen. Also wenn du da in Berlin zu Gast warst oder so und die haben dir nicht gepasst, konnten die so viel Macht ausüben, dass du vielleicht aus dem Club ausgeschmissen wurdest. Okay, jetzt geht es so ein bisschen um die Herkunft von Kasra. Sehr spannend. Also Hamburger Jung. War fit im Kopf. Politisch fit. Mein Vater war auch fit. Ist hier aus dem Iran emigriert damals. Meine Mutter ja auch aus Chile. Studiert etc. etc. Intelligente Leute, die ein bisschen was auch geschafft haben. Dann weiß man ja auch, dass gut, dann hat man von zu Hause zumindest einen gewissen Start mitbekommen. Wohlbehütet, nicht arm, nicht irgendwie so Materialdefizite hatte in meiner Kindheit. Also ich musste mir nichts irgendwie, weißt du, einen Toastschein mit fünf Kindern teilen oder so. Gott sei Dank. Das hatten ja nicht alle so. Aber ich hatte andere Probleme in meiner Kindheit. Ich habe ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zu meinem Vater, das bis heute eigentlich brachliegt. Muss man immer wieder sagen, deswegen sind diese Interviews auch so wichtig, dass die dargestellt werden, auch aus Tätersicht. Natürlich ist es auch immer wichtig, den Opfern eine Stimme zu geben. Viele Opfer wollen aber natürlich nicht vor die Kamera, einfach weil dieser Begriff Opfer so negativ belegt ist. Du bist dann das Opfer. Aber diese Störung zum Vaterverhältnis ist halt bei vielen, egal ob anfällig für Extremismus oder für Kriminalität, ist oft ein gestörtes Verhältnis zum Vater. Wenn man da in Biografien reinguckt und sich die durchliest, ist es oft Vaterfigur, nicht da, verstorben, kümmert sich nicht, Desinteresse, zu kalt. Soll immer keine Ausrede sein, aber soll man verstehen, weil ich auch immer wieder gefragt würde, was kann man dagegen tun, dass junge Leute sich radikalisieren oder vielleicht zu Kriminellen werden. Das fängt natürlich in der Familie an. Also das ist nicht Aufgabe Schule und Gesellschaft. Erstmal fängt es in der Familie an. Ich bleibe immer dabei, ich bleibe immer dabei, Kinder, die geliebt werden, Perspektive haben, gesehen und ernst genommen werden und auch mal scheitern dürfen, die gewisse Bildung, Empathie mitkriegen, die sind nicht so anfällig für diese Dinge. Das ist natürlich kein, das ist keine, das schließt es nicht komplett aus, aber ich halte es dann für schwieriger. Aber gestörtes Vaterverhältnis immer, 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 fast immer bei vielen Biografien ist ist oft ein Thema. Weil wir, mein Vater nicht imstande ist, irgendwie die Vaterrolle einzunehmen, die er eigentlich einnehmen müsste. Und da fängt das alles an, weißt du, so Traumatisierung in der Kindheit spielt immer eine große Rolle. Da spielen, weil du gerade schon gesagt hast, ja, du kommst ja eigentlich aus einer guten Familie. Das ist immer nur der Trugschluss bei Leuten, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, die denken, man muss irgendwie reichsarm sein, um kriminell zu werden. Weißt du, was ich meine? Das denken ja aber viele, das ist immer so, ja, wieso, der kommt doch nicht aus der Hood oder irgendwelche Frankreich-Borniös oder irgendwelche schwer kriminellen, sozialen Brinktonenpunkte. Du musst nicht arm sein, irgendwie kriminell zu werden oder irgendwie ein Soziopath oder ein Typ, der einfach Scheiße baut. Könnte ich nicht besser zusammenfassen. Könnte ich nicht besser zusammenfassen. Sondern einfach, dass manchmal reicht die schlechte Erziehung oder keine Erziehung oder Traumatisierung in der Kindheit, weißt du. Und bei mir war es einfach so, ich hatte ein sehr schwieriges Verhältnis bis heute zu meinem Vater, teilweise gar keins. Auch sehr toxisch teilweise. Meine Mutter hat viel gefahrt, das aufzufangen. War natürlich auch völlig überfordert, weißt du. Auch eine traumatisierte Seele. Meine Mutter, Heimkind. Und natürlich auch so ihre Päckchen zu tragen, weißt du. Und das strahlt natürlich auch, kriegen die Kinder alles mit, weißt du. Und ich war durch das Nichtverhältnis mit meinem Vater, habe ich natürlich immer noch irgendetwas gesucht. Vaterfigur, Männlichkeit, irgendwas, was den Jungen halt auch so ein bisschen noch zueinander zieht, weißt du. Ich kann dazu gar keinen Input geben, weil das sind Dinge, die ich genauso sage. Punkt, Punkt. Brauche ich nicht durch meinen Gesabbel jetzt die Aussagen kaputt machen. Man, ja, da ist der Vater, der dann in einer gewissen Phase da ist und der Junge zum Mann, ey, du musst, du kommst und die Verantwortung rasieren und so diese klassischen Sachen, weißt du. Das habe ich nicht. Ich habe mich selbst erzogen. Ich habe alles mir selbst, die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, wurden mir nicht erzählt oder ey Junge, mach das nicht, dann passiert das. Und mit mir hat sich keiner auseinandergesetzt, weißt du. Ich habe alles, jeden Scheiß, jede Situation, die ich gemacht habe. Es ist auch oft, wenn ich mit jungen Leuten arbeite, wenn ich das merke, besonders in der Pubertät suchen halt auch viele junge Männer. Ich arbeite nur mit jungen Männern, mit Jugendlichen, die auf der Suche sind nach, was ist Männlichkeit. Und wenn es dir nicht erklärt wird, wenn du dann denkst, Männlichkeit ist halt der dickste Oberarm oder Messer in der Hosentasche und ich werde hier überall respektiert, wo wir natürlich alle wissen, dass es eigentlich um Furcht geht. Respekt ist dann ja auch so eine Sache. Nachher gerätst du dann an so hypermännliche Typen, die suche dann danach. Dann suchst du dir diese Vorbilder aus, die vermeintlich dann in dem Stadtteil die härtesten sind. Willst denen gefallen, machst dann Dinge für die, gehst los, prügelst dich, um von denen dann Anerkennung zu kriegen. Also das ist hier keine Weltraumphysik, was hier erzählt wird. Kurzer Werbeblock, Leute, lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr mich generell scheiße findet, lasst gerne einen Daumen runter da, kommentiert gerne, darf auch gerne kritisch sein, nur bleibt nett dabei, ansonsten wisst ihr auch, mein Buch ist raus, das von Kassara ist auch raus, der Perser, erhältlich überall, checkt das Buch dann auch mal aus und hier ist natürlich mein Buch, Philipp Schlaffer, Hass macht Gewalt, gibt es bei king- oder den Kongs.de mit Signatur, ich schreibe euch da gerne was Lustiges rein oder stempel euch den Merkel-muss-weg-Stempel rein, immer noch ein Klassiker, die zugeschickt bekommen, aber geile Sache. Und so, hier mein Engel-Geld und dann natürlich Dankeschön an alle, die grillen, ja, supportet das gerne, dann supportet ihr hier mit Philipp 10, kriegt ihr da 10% Rabatt, Dankeschön an alle, die das machen, bei den Beef Bandits alles rund um Fleisch grillen, checkt das mal aus und natürlich bei ZEK Plus alles rund um Eiweiß mit Philipp 10, Dankeschön, das war ein kleiner Werbeblock, ansonsten Dankeschön an alle Kanalmitglieder, an alle Twitch-Prime-Abos, Ehre geht raus und dass ihr das hier supportet und mit auf dieser Reise dabei seid, also lasst einen Daumen hoch da. So. Okay, jetzt übertreibt es hier jemand, jetzt muss man hier jemanden rausschmeißen, das tut mir leid, wer sich nicht hier an Regeln hält und hier mit Hurensohn und so irgendwas sagt an die Community, der ist raus. Ich muss mich irgendwie selbst, ich muss mich selbst einfach erzählen, weißt du, und das war mir das Problem und deswegen bin ich auch so völlig extrovertiert, weiß ich mal, in diesen ganzen Sachen, habe ich mich da entwickelt und so war es auch in der Schule, ich bin extrem, ich bin jetzt kein dummer Junge, das weiß ich, ich habe was auf dem Kasten, bin ich schülerisch jetzt nicht so mega, mega ausgebildet, aber ich weiß, dass ich, wenn ich Bock habe, kann ich mich auch zum Juristen irgendwie ausbilden lassen, habe da nur keine Lust drauf. Okay, also grundsätzlich glaube ich schon, dass die meisten Gehirne alles können, man muss nur noch ein bisschen wollen, das merkt man aber halt hier. Und auch das sage ich auch den Jungs, mit denen ich arbeite, ist vielleicht nochmal ein Input von der Seite, auch denen sage ich immer so, nicht jeder passt in das System Schule rein. Das muss man einfach mal sagen, das System Schule ist 150 Jahre alt, bedarf einer Reform, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das System Schule mal reformiert werden muss. Man kann trotzdem clever sein und die Intelligenz sein und trotzdem in der Schule scheitern. Das geht trotzdem. Man kann danach aber auch trotzdem seinen Weg finden. Ich kenne einige, die danach einen tollen Lebensweg in meinem Freundeskreis gemacht haben, die auch in der Schule jetzt nicht unbedingt geglänzt haben bzw. eher niedrige Schulabschlüsse haben und jetzt in ihrem Leben sehr, sehr erfolgreich sind. Das darf man sich nicht nehmen lassen. Man findet dann auch seinen Weg danach jetzt, und das ist natürlich klar, ohne Kriminalität kann man trotzdem seinen Weg finden. Also mir wird ja, zum Beispiel, wenn dann Leute schreiben, ja Herr Philipp, wie dumm. Also erstmal habe ich auch Erfahrungsschulreife gemacht, dann habe ich meine Auszeichnung als großen Autoharnalskaufen nach zwei Jahren, um ein Jahr verkürzt, mit Auszeichnung ausgelernt. Ich habe eine gewisse Bauernschleue und das weiß ich über mich auch. Ich bin jetzt nicht hyperintelligent, das weiß ich auch über mich, aber deswegen verstehe ich das, was Kasra hier sagt. Einige finden so ihren Weg einfach und das ist auch wichtig, anderen mitzugeben. Nur weil du in der Schule mal gescheitert bist oder dein Schulabschluss nicht der beste ist, heißt es noch lange nicht, du warst in diesem Leben verloren. Das ist einfach mal wichtig, das zu sagen. Das ist auch wichtig, Kindern das zu sagen. Kinder sind auch nicht weniger wert, nur weil mal eine Note in der Schule scheiße ist oder mal irgendwas nicht geklappt hat. Deswegen sind sie als Menschen nicht weniger wert. Und wenn du nichts kannst, kannst du zur Not immer noch Versicherungen verkaufen. Markus Jahnke Versicherung. Potenzial habe ich, das weiß ich. Ich mache andere Dinge, wo ich Bock drauf habe. Aber das war in der Schule so. Ich habe am Anfang, war ich extremer Leistungsträger, war extrem stark so. Und nach einer Zeit habe ich gemerkt, irgendwas, bzw. jetzt im Nachhinein, damals war mir das wirklich nicht klar, als so kleiner Rammlöcksner-Bube, weißt du, keine Haare im Gesicht und weiß gar nicht, was abgeht. Ich habe dann meine Probleme gehabt, weißt du, das ist dann so Pubertät. Du fängst da an, deine Grenzen irgendwie auch zu testen. Also ich bin jetzt auch kein klassischer Bio-Deutscher, habe dann das erste Mal richtig mit Rassismus zu meiner Erlebnisse gehabt und ein anderer Name sieht anders aus. Obwohl ich schon sehr hell bin in meiner Haut, aber trotzdem bin ich immer noch so ein Südländer-Kanaki, wie man so schön sagt. Und das kannte ich so gar nicht. Und das irritiert dann so ein Herrenwachsen. Und dann entwickelt sich auch so Negativität, Hass, Ablehnung. Ja, kann ich nicht nachvollziehen, weil es mich nie betroffen hat. Ich habe mich in der Gesellschaft selber exkludiert. Und von daher kann ich da so nicht den großen Input zu machen, aber es macht natürlich was mit Wut, wenn du Ablehnungen erfährst. Und dann noch fehlende Bindungen zu Hause, Mama vielleicht auch überfordert, auch ihre Themen. Einige wird verletzt dadurch. Das ist immer verletzend, aber der andere wird dann so, oh Gott, macht den Kopf runter. Ich bin eher noch breiter geworden, bin dann voll in die Konfrontation gegangen mit den Leuten. Und das hat sich dann durchgezogen. Ich habe mir nichts mehr sagen lassen. Ich bin völlig über das Ziel immerhin ausgeschossen, habe einen Lehrer geschlagen, habe mich mit Polizisten geschlagen. Ich glaube, noch bei den Hells Angels, immer noch, wo ich da war, war ich immer der, der sich mit den Polizisten gekloppt hat und so. Und so hat sich das dann von der Schule an sukzessiv immer gesteigert. Von kleinen Sachen bis dann irgendwie so eine Sache wie ein Klopp dann. Ich habe heute Morgen gerade die Mopo zu Gast gehabt. Die Mopo ist eine Zeitung. Und dem Reporter habe ich auch erklärt, man wird als Gewalttäter auch immer besser. Also das verstehen vielleicht nur einige hier, die selber als Gewalttäter unterwegs waren, die dann hoffentlich auch alle den Absprung geschafft haben von diesem Leben. Aber du wirst besser dabei. Das ist so, als wenn du jeden Tag irgendwie schwimmen gehst, dann schwimmst du nachher auch mal zehn Kilometer. Und als Gewalttäter fängst du auch nicht an, gleich als der krasse Überboxer. Aber du wirst halt besser, du machst deine Erfahrungen, du weißt, wie was funktioniert, du lernst deinen Körper kennen, Adrenalin, all diese Dinge. Und Dominik schreibt auch, es ist irgendwann wie Sport. Und dann willst du es auch nutzen, dann weißt du, es hat mal funktioniert. Es hat dir einen gewissen Ruf verschafft, Respekt, Furcht. Ja, so wie Kassel auch gerade gesagt hat, du wurdest drei Meter groß, drei Meter breit. Und das macht was mit dir. Und dann nutzt du das auch als erstes Mittel. Ja, ich, ich, mein erster, mein erster Lösungsweg war immer Gewalt. Das war der erste Lösungsweg. Nicht treffen, reden oder sonst was. Das erste Gespräch war mal gleich, machen wir platt. Ja, genau, also Dominik schreibt auch, ja, ist so, die Angst geht verloren. Ja, ist so. Ja, wenn man mal niedergestreckt hat, hat man Blut geleckt. Ja, so ungefähr, also das ist so. Ja, Jupp, Übung macht den Meister. Weniger Hemmungen, mehr Tricks und Technik. Ja, man wächst mit seinen Taten und Erfahrungen. Ja, das ist einfach so. Und das können einige nicht verstehen, natürlich, die noch nie Gewalt in ihrem Leben haben. Das ist natürlich super, aber, äh, Ralf, erster Lösungsweg, erst mal hinlegen und ein Käffchen, ja. Ja, meine Erfahrung, je bekloppt und fitter, desto schlimmer der ruft. Damals fand ich das geil, ja, Dr. Ivan Hawking, ja, glaube ich. Ja, man lernt auch irgendwelche Gegenstände zum Schlagen benutzen und so weiter, ja. Wir wissen einige, äh, ja, wir wissen einige, wovon auch der Kasra spricht. Und das, wie gesagt, das hat was mit Kindheit zu tun, Entwicklungstraumatisierung, Eltern nicht da. Deswegen sage ich auch, wenn ich so Vorträge halte, ich mache manchmal so, in so Jugendhäusern so, da bin ich eingeladen mit Jugendlichen und auch dann noch mit den Eltern, da gibt es immer so Nachgespräche zum Beispiel und da sage ich auch immer, ihr müsst doch... Ah, krass, das wusste ich gar nicht. Äh, okay. Das, äh, Okay, habe ich noch gar nichts gefunden zu? Okay, muss ich nur nachher mal fragen. Auf eure Kinder aufpassen. Weißt du, es bringt nichts, wenn du deinem Kind irgendwas kaufst und es ist irgendeine materielle, schöne Sache und dann schüttelst du es kurz in Endorphine aus, aber man ist es, du musst dich beschäftigen mit deinem Kind. Vorhin hat auch jemand ja gerade geschrieben, hat geschrieben so, ja, mein Kind hatte ja alles. Ja, das, äh, alle materiellen Dinge, aber hast du auch andere Dinge befriedigt, wie Zeit verbringen. Ne, also auch das machen wir, ich bin, ich bin nach Ostern in Bayern eingeladen, da hat Jordan auch noch Ferien, da begleiten, da begleiten die mich auf meinem Trip. Wir sind jetzt auch zum Geburtstag eingeladen, wir fahren auch in Urlaub zusammen, ähm, wir gucken abends mal zusammen filmen, wir gehen mit den Hunden spazieren zusammen, wir machen dann Sport. Das sind alles so Dinge, ich will das jetzt gar nicht so gut darstellen. Aber ich weiß, dass einige Eltern manchmal das Gefühl haben, mein Kind hatte ja alles. Ja, aber das, was vielleicht manchmal fehlte, ist, äh, du hast zwar die neueste Playstation, keine Ahnung, ist das die 5? Keine Ahnung, ich bin raus aus diesem Gaming-Kram. Ähm, aber manchmal geht es einfach um andere Dinge, um einfach emotionale Dinge. Liebe, Geborgenheit, Sicherheit, all diese Dinge. Das höre ich ganz häufig, mein Kind hatte ja alles, ich habe doch alles für das Kind gemacht. Ja, ja. Ich rede mit dem, beschäftige ihn, versuche, fördere ihn, ähm, verstehe ihn und höre ihm zu und sage, was er will und nicht, was du willst, weißt. Viele reflektieren sie ihre Kindheit in ihre Kinder rein und kaufen denen das, was sie nicht hatten, aber das will das Kind nicht, weißt du. Oder setzen sich gar nicht mit ihnen auseinander. Ich hatte so eine Familie, mit der ich gesprochen hatte, der Junge, das war wie bei mir, der kannte seinen Vater nicht mehr. Die haben... Was habe ich jetzt gemacht? Ich muss jetzt ein bisschen schauen. Hä? Die Infos, die ich hatte, sind interne Infos. Was? Ich sehe natürlich niemanden, weißt du, ja, wo fange ich an, ruhig, aber... Ja, ich bin, weißt du, der wusste nicht, die kannten sich nicht mehr, okay, was ist die Liebstingsfarbe von seinem... Oder setzen sich gar nicht mit ihnen auseinander. Ich hatte so eine Familie, mit der ich gesprochen hatte, der Junge, das war wie bei mir, der kannte seinen Vater nicht mehr. Weißt du, der wusste nicht, die kannten sich nicht mehr, okay, was ist die Liebstingsfarbe von seinem Sohn, was mag er, was mag er nicht. Der ist zur Arbeit gegangen im Haushalt, das Kind, der war nur da, hat Geld und dann war er weg. Der, weißt du, ich meine, die haben in einem Haushalt gelebt, aber kannten sich nicht, weißt du. Ja, also ein bisschen zur Verteidigung muss man natürlich sagen, der Druck ist heute für viele groß. Geld zu verdienen, alles am Laufen zu halten, von Gasrechnung bezahlen, Strom, Lebensmittel, mega teuer geworden. Tanken, Auto, Versicherungen, alle, die sich immer so melden, alles, was immer so von den Konten abgebucht wird. Das ist halt auch beschissen als Erwachsener. Oh Gott, ich wollte ja nie ein Erwachsener werden. Das ist ja auch immer beschissen, Alter. Um was man sich alles kümmern muss, muss ich einen Versicherungstrainer treffen und sonst irgendwas. Und der Druck ist schon da, aber man kann sich mal, man kann Premiumzeit nehmen. Ich habe das auch mal gesagt mit einem Jugendlichen, mit dem ich gearbeitet habe. Und ich habe dann ganz häufig Eltern, die sich bei mir melden und sagen, Mensch, unser Junge funktioniert nicht. Der ist gewalttätig, Schule, macht die und die Dinge. Da bin ich, dann sage ich schon mal gleich, ach, der Junge funktioniert nicht. Dann bin ich zu Gast bei den Familien. Und natürlich sieht man das auch, dass die Eltern dann nicht funktionieren. Muss man einfach mal, muss man dann auch einfach mal sagen, also der Ton dem Kind gegenüber, die Eltern miteinander, wie sie miteinander sind. Und dann habe ich mal, dann habe ich mal, dann ging es darum, dass ich dann gefragt habe, okay, wann verbringt ihr Premiumzeit? Ich nenne das immer Premiumzeit für das Kind. Was ist Premiumzeit? Und dann hat einer der Väter mir geantwortet und hat gesagt, ja, Premiumzeit. Ich sage, okay, was macht ihr da? Ja, wenn ich angeln gehe, dann kommt er mit. Ich sage, ja, aber ist Angeln dein Hobby oder ist Angeln sein Hobby? Also hast du ihn schon mal gefragt, will er angeln? Oder würde er jetzt sagen, er möchte angeln gehen? Oder hast du ihn auch schon mal gefragt, möchtest du was mit mir machen? Willst du lieber eine Runde mal Tennis spielen? Oder willst du mit mir ein paar Basketballkörbe werfen? Oder willst du mit mir ins Kino gehen? Sondern das Kind durfte dann ab und zu mal mit zum Angeln gehen. So, ich sage, ja, aber es ist zwar keine Premiumzeit. Ich sage, setzt ihr euch dann hin und schweigt euch an. Ja, dann angeln wir und sitzen dann da. Ich sage, ja, aber es müsste doch auch sein. Und ich meine nicht Premiumzeit fünfmal die Woche und dann drei Stunden. Sondern ein Kind braucht auch seinen Freiraum. Sondern, dass ich dann auch gesagt habe, ich sage, vereinbart doch einfach mal, wo es mal fünf Stunden und das nur alle zwei Wochen einfach mal darum ging. Was möchtest du? Worauf hast du jetzt Bock? Wir machen mal deins. Das sind schon ganz einfache Dinge, wo man manchmal einen Zugang auch zu einem Jungen dann auch wieder Zugang kriegt. Einfach auch mal gehört werden. Und hier geht es auch jetzt heute mal um mich. Und dann auch nicht noch die drei Kumpels mit, sondern einfach mal Premiumzeit zwischen Vater und Sohn. So, gut. Das wollte ich nochmal sagen. So passiert so etwas. Aber die Aufmerksamkeit nicht bekommen. Und deswegen sage ich auch immer, beschäftige euch mit euren Kindern. Und das versuche ich auch. Ich habe natürlich auch die Jahre im Knast mit meiner Tochter verloren. Aber man kann natürlich immer im Nachhinein irgendwie versuchen, noch ein bisschen was aufzufangen. Aufgeben sowieso nicht bei den eigenen Kindern. Man sollte die Kinder nie selber abschreiben. Das haben meine Eltern Gott sei Dank bei mir auch nicht gemacht. Ich war dann so, nachdem ich dann so da dranbleiben. Aber eine gewisse Zeit ist halt weg. Da brauchen wir uns auch nicht anlügen. Wenn man eine gewisse Zeit in der Entwicklung nicht da ist oder sich nicht interessiert, dann ist das natürlich, ja, Burg, Power, das 95 Premiumzeit. Was ist das für eine beschissene Bezeichnung für das selbstverständliche, Zeit mit dem Kind verbringen? Es geht darum, dass man das erkennt, dass es jetzt die Zeit ist, die ist nur für dich da. Und nicht zwischen Tür und Angel. Ich finde, das ist gar keine so eine beschissene Bezeichnung. Viele machen vieles zwischen Tür und Angel. Das sind wir einfach. Wir sind alle in einem stressigen Leben. Premiumzeit einfach mal, das kann man für sich einfach mal so sagen, das ist einfach jetzt, jetzt hier geht es mal nur um uns. Wenn du kein Notarzt bist, kann man auch mal das Handy dann drei, vier Stunden weglegen. Einfach das Handy mal nicht mitnehmen. Ob ich jetzt mal vier Stunden nicht erreichbar bin, was soll denn da passieren? Wenn mich mal jemand vier oder fünf Stunden nicht erreichen kann, was soll denn da passieren? Meine Arbeit ist nie abhängig davon, dass sie heute passieren muss. Ja, auch Quality Time genannt. Ist doch scheißegal, wie, genau. Weiß nicht, ich finde ihn Kassler nicht so doll reflektiert. Viel von Opfern und sehr wenig von Selbstverhandlung für seine eigene Entscheidung. Jenny, das sehe ich jetzt nicht so. Das, was er jetzt ja auch macht, versucht das zu erklären, warum er wie, welchen Lebensweg eingeschlagen hat. Da sollen Leute ja was draus lernen. Ich glaube nicht, dass er das jetzt hier als Ausrede macht. Also das Gefühl habe ich jetzt hier nicht. Hemmelinger, Dankeschön. Dankeschön, das ist ein Fischbrötchen. Für mich geht es ja zum Geburtstagfeiern nach Sylt. Wir feiern Freitag auf Sylt einen Geburtstag. Da bin ich eingeladen. Also ich finde, das soll einfach, vielleicht geht es um Verstehen, Jenny. Es geht um Verstehen, warum wurde Kassler, wie er wurde. Aber ich habe das Gefühl nicht. Ich war dann so, nachdem ich dann so von der Gymnasium runter bis zur Baumschule, wie ich jetzt einfach mal sagen, bis zur schwerziehbaren Schule gekommen bin, in der Hauptschule. Und dann, selbst in der Hauptschule war ich nicht mehr händelbar. Da gab es so eine Insel, so eine Containerinsel haben sie es genannt. Da wurden so die aussortiert, die gar nicht klarkommen. Ja, ja, und dann war das so ein Container, so ein Baucontainer umgewandelt in so eine Schulklasse mit fünf, sechs Plätzen. Alter, das war eine Katastrophe. Voll Katastrophe. Ja, dann bin ich dann dahin. Aber du merkst als Kind, du steigst voll ab. Weißt du, das Umfeld verändert sich ja auch. Das sind ja Leute, weißt du, du merkst natürlich auch als Kind, das verändert sich alles. Ja, das sollte eben selbstverständlich sein, das Wort Premium impliziert, dass diese Zeit was Außergewöhnliches wäre. Ich habe das den Eltern erklärt, dass es Premiumzeit ist. Sie müssen es ja nicht Premiumzeit nennen. Es geht darum, denen das zu erklären, was Premiumzeit bedeutet. Sie sollen es dem Kind nicht sagen, das ist jetzt deine Premiumzeit, sondern sie sollen das leben. Das ist nicht gerade das Positive. Und du wirst als Kind ja auch negativ dann, ne? Und die Impacts von außen werden auch nicht besser, das Milieu verändert sich, die Leute verändern sich so. Der Intellekt verändert sich. Auch wenn du klug im Kopf bist, passt du dich immer der Umfeld an. Du wirst der Mensch. Und so war das bei mir auch. Und dann gab es eine Situation, ich war extrem idiot, habe mich asozial verhalten. Und dann ist der irgendwann, weißt du, beim Lehrer platzt dann irgendwann auch mal irgendwann so die Sicherung durch. Und dann weiß ich noch, dann habe ich ihn genervt im Unterricht und er hat irgendwas gesagt. Irgendwas war da, Mann. Irgendwas hat er gesagt. Irgendwas. Und dann habe ich so einen Geodreieck in der Hand gehabt, das war mein Mattele. Und habe das dann so aus dem Handgelenk geschnippt. Eigentlich wollte ich es nur schmeißen. Und dann habe ich dem am Kopf getroffen und er so stecken geblieben. Und dann hängt bei dem so auf einmal das Geodreieck so halt im Kopf drinne. Und ist dann aber runtergefahren. Das hat geblutet und so. Und dann war völlig Drama. Und haben mich dann auch da rausgeschmissen. Dann war ich schulisch. Die Karriere war dann völlig beendet so. Ja, ist ja auch. Also Lehrkraft sein auch. Ich glaube, meine Eltern oder die Generation vor mir hat noch im Kopf so Lehrer sein. Einfach 13 Uhr feiern. Also Lehrer sein heute. Ich weiß nicht, ich habe ja hier auch einige Lehrkräfte dabei. Also Lehrkraft sein ist mit sich halt kein Traumjob mehr. Ja. Ja. Also. Ich hatte ja keine mehr, aber die war dann so der letzte Rest war dann so völlig ausradiert. Und ja, das war die Situation. Er hat mich beleidigt. Und dann habe ich das Ding geschmissen. Und ja. Das ist stecken geblieben. Ja. Bestes Beispiel. Völlig. Kind abschieben. Setz dich doch mit deinem Kind hin. Rede mit dem. Was ist los? Was läuft nicht? Du bist ja als Elternteil immer verantwortlich für die Entweckung deines Kindes. Weißt du? Und da hat man mich dann auch einfach weggeschickt. Wo ich dann, was kannst du? Weißt du, Ticket gekauft. Okay, du bist jetzt zwei Jahre weg. Alter, ich bin hier in Deutschland groß geworden. Ich konnte kaum persisch richtig. Also fahrts eben nennt sich die Sprache. Kommen da hin. Auf einmal werden sie so scharf über die Straße. So wie man es halt. Das ist ja gar nicht böse, aber das ist aber eine andere Kultur. Ein anderes Land. Weißt du, ich bin hier in Deutschland groß geworden. Aufgegeben bin ich ein Hamburger Jung. Tja. Nochmal Entwurzeln. Vielleicht auch Hilflosigkeit der Mutter und des Vaters. Und, ja, Mottenfresser. Ich arbeite in einem Kindergarten. Wenn ich da schon manche Kids oder Eltern sehe, so viel Geld können die mir gar nicht geben, dass ich Lehrer werden würde. Respekt an die, die das machen, ja. Sportlehrer, Herr Schlaffer, ja. Ja, also wie gesagt, das ist weit weg von einem Traum, glaube ich, für ganz viele, die zurzeit Schule arbeiten. Ja, dann nochmal Entwurzeln raus. Du funktionierst in Deutschland nicht so, dann wirst du jetzt in den Iran geschickt. Was für eine Entwurzelung auch als Kind oder als Jugendlicher. Waren wir mal zwei Wochen zum Urlaub, da alles schön, Shisha oder was auch immer. Hier schon einen Kebab essen, aber das ist jetzt aber auch nicht das Leben, weißt du. Und dann kommst du da an, politisch, alle müssen verschleiert sein. Frauen, Mann sind getrennt. Darfst vorne nur dein Mann im Bus einsteigen, hinten die Frau. Darfst nicht mal, wenn du falsch guckst bei einer Frau, dann hast du da den falschen Polizisten triffst. Und all so Sachen, kein Alkohol, das ist alles sehr, sehr krass gewesen. Völliger Kulturschock für mich so. Und dann war ich auf einmal da so. Ich liebe es, Lehrer zu sagen, man muss auch differenzieren. Kommt auf sein Umfeld, Schulform etc. Und dann auch so die Hoffnung, da wird es jetzt besser. Also das ist halt auch krass, krass für einen jungen Menschen, das dann zu bewältigen. Meine Familie, die meine Familie ist, aber ich kannte die nicht wirklich. Also auch nochmal drei Wochen Urlaub machen, weißt du. Ja, jetzt lebst du hier. Und arbeitest jetzt von deiner Cousine, ihrem Mann. Arbeitest in so einem Alles-Lebensmittelladen, Reis verkaufen, Shampoo verkaufen. Hier sind 2000 Euro. Der Markt war das noch damals, glaube ich, war das ein Markt. Ich müsste noch ein Markt sein. Genau, ich bin zurückgekommen, dann war es auf einmal Euro irgendwie so. Glaube ich. Und ja, dann war ich dann da. Ich kann die Sprache nicht richtig. Und dann die auch alle mit Händen und Füßen. Ich bin aber sehr sprachaffin damals gewesen. Hab die Sprache sehr schnell gelernt. War dann am Start und waren auch wirklich top. Aber das war eine Zeit. Das war völlig auch so real. Du bist auf dem Iran, ich werde wachten. Ja, aber du wirst nicht, ich bin so ein kleiner Junge, da mit dann 14, 15, 16, bis dann ein Bengel. Du weißt, du weißt ja gar nicht, alles einzuordnen, was geht ab hier und so. Ja, und dann habe ich da natürlich auch mal so meine Sachen gemacht, weißt du. Und also nichts Schlimmes, sondern war dann trotzdem auch so der Außenseiter, dann nicht nur in der Familie, sondern der dann auch, weißt du. Ich habe mir dann auf den Schwarzen ein bisschen Wodka geholt und meine Cousine mich erwischt. Eigentlich was hier völlig normal ist als Jugendlicher, wenn man was trinkt und seine Erfahrungen macht, weißt du. Das ist natürlich da so, ey, du bist strafbar, weißt du, du kannst da für den Knast bekommen. Auch vom Peitschieben und sowas gibt es da auch als Strafe. Und das war für mich völlig, völlig krank. Ich habe mich aber damit der Situation irgendwie versucht klar zu kommen, habe die Sprache gelernt, habe da gearbeitet. Irgendwann konnte ich da aber nicht mehr. Irgendwann habe ich gesagt, ey, ich muss hier weg, ich drehe hier durch. Ich habe hier kein Mädchen, du weißt, du bist ja junger Kerl, keine Mädchen kenne ich hier, du musst Angst haben, wenn du so irgendwie morgen erschossen bist, wenn du das falsche Mädchen ansprichst, so nach dem Motto, weißt du, ein bisschen übertrieben, aber darfst du ja nicht. Und ich drehe hier durch, ich habe bei meiner Oma gelebt, Gott hab sie seelisch, die ist mittlerweile verstorben. Und das ist ja, weißt du, das ist so voll schlimm gewesen nach einer Zeit. Und da habe ich dann so einen Druck gemacht, auch bei der Familie, da habe ich dann auch so daneben benommen, irgendwann, dass sie gesagt hat, okay, jetzt ist es besser, glaube ich, wenn er mal geht und wieder nach Hause geht. Und dann bin ich dann irgendwann zurück. Und dann habe ich gesagt, ich gehe da nie wieder hin, auf jeden Fall nicht leben und sowas. Na, mit Unterbrechung, ich glaube, insgesamt anderthalb Jahre. Ja, welche Hoffnung ist dann da auch, wie soll der Junge sich dann fangen, ne? Also, wie soll Kasra sich da fangen? Die eine Familie fühlt sich dann auch nicht richtig zuständig, ist irgendwie abgeschoben, wir müssen uns jetzt irgendwie um ihn kümmern. Der soll jetzt mal hier ein bisschen arbeiten, jobben und so weiter. Du bist weder Fisch noch Fleisch, ne? Bist ja trotzdem dann irgendwie ein Hamburger Jungen. Und dann sollst du dich im Iran zurechtfinden. Also, ich glaube, es wäre für Erwachsene schon schwer genug, dann irgendwie zwischen den Kulturen hin und her zu hoppen, ne? Oh, Alexander, Dankeschön. Ja, Markus, ich weiß nicht, er relativiert das. Ja, ich habe jetzt nicht so mega negative Vibes, habe ich jetzt nicht. Ja, Hamburg ist ja bekannt für sein Rotlichtviertel. Und wenn du in gewissen Gegenden oder mit gewissen Leuten zu tun hast, wenn du auf der Straße unterwegs bist, die Jungs vom Kiez und so, dann hast du schnell Berührungspunkte in diese Szene. Und so war es bei mir auch. Ich kannte irgendwelche Leute oder Bekannte von mir, deren Cousin, deren Bruder irgendwie Wirtschaftler war, selber Zuhälter oder als Sicherheitsmann irgendwo in der Tür gearbeitet hat, von dem der Club irgendwie von Bande oder so zugehörig war. Und so hast du automatisch diese Schneidepunkte gehabt. Ja, man lernt immer einen gewissen Viertel in Stadtteilen. Lernst du immer irgendjemanden, kennt der irgendwas, macht und sei es, sei es, dass er irgendwie Drogen dealt, dann in den und den Club geht, dann trainierst du ein bisschen, dann kommen die ersten Leute, sagst du, willst du hier nicht mal Türsteher machen, komm nochmal hier vorbei. Bei, das ist Milieu, lernt halt Milieu kennen. Das ist einfach, das geht halt super schnell. Das ist, ja, Markus, ja, also die Geschichte mit dem Geodreck fand er eigentlich noch lustig und cool und das hat er vor der Kamera unterdrückt. Ja, das Gefühl hatte ich eben da auch. Das hatte ich da auch, das werden wir dann aber nochmal nachsehen. Aber, wie gesagt, jemand, der sich erstmal rumtreibt, irgendwie in der Großstadt und dann irgendwie über Türsteherei, Kampfsport oder sonst irgendwas, lernst du immer Leute kennen, die dir irgendwann irgendwas anbieten und sagen, Mensch, willst du da nicht mal mitkommen? Und du sagst, pass auf, wir haben hier eine Gruppe, willst du da nicht mitmachen? Wir wollen jetzt hier eine Gang gründen und ein bisschen was verticken oder das und das machen. Das geht super schnell. Das ist einfach so. Das ist einfach keine Weltraumphysik. Diese Schnittstellen und, ne, du siehst das Geld, es geht um Kohle, du siehst Autos, alle machen ihr Geld und hin und her und, ne. Klar will ich auch was haben von dem Kuchen. Wenig tun, viel haben. Ja. Ja, genau, also Elitio schreibt auch gerade, ne, wer war das jetzt? Ivan Hawke. Philipp, wenn ich bemerken darf, manche Menschen ziehen die Scheiße an wie Magneten, dazu zähle ich mich leider auch, ja, das ist so. Ist aber auch der Weg, den man gegangen ist, man, auch das sage ich heute, auch das sage ich zu einigen Jungs, mit denen ich arbeite und ich sage, du weißt doch, wenn du mit denen und denen losgehst, gibt es Ärger und du hast wieder Stress zu Hause, Stress Schule, Stress Polizei, ja. Man weiß es, das wissen auch junge Leute schon. Es ist das, auf das, was wir uns irgendwann eingelassen haben. Ich hatte es damals, oder so ein Junge, wie mich damals, hat es natürlich angezogen. Und ich wollte was machen, ich wollte nie normal arbeiten gehen, da hatte ich keinen Bock drauf, da habe ich mich nicht gesehen und ich habe mich schnell, war so ein bisschen auch gewalttätig unterwegs, ich konnte mich durchsetzen und ich war jetzt keiner, dem du so einen Nackenklatscher geben konntest. Und, ja, das hat mich in der Situation durchgesetzt, das spricht, ist das auch noch rum in der Szene, oder? Ja, genau, also, da hört man das, ja, wir haben den und den, der hat sich mit dem und den angelegt, hat sich da gerade gemacht, hat den umgebrochst, war ihm scheißegal, ist dann mit dem Messer gekommen oder hat den Knarre eingesteckt. Solche Dinge sprechen sich rum. Du hörst das super schnell, sobald du ein bisschen Milieukontakt, weißt du, wer, wie, wo, welche Strippen zieht. Und dann kommt irgendwann, kommt irgendeiner auf dich zu und sagt, Digga, so einen wie dicht brauchen wir. Ja, da spielt auch wieder die Faszination des Bösen rein, ist so ein Magenkiller, ist so. Im Kiez so, und dann bin ich mal mit einem Bekannten von mir zu seinem Cousin oder Bruder hin, der hat als Wirtschaft da gearbeitet, dann war ich da ein paar Mal dabei und dann saß man vor dem Bildschirm und dann kommen ein paar Mädchen rein, die da arbeiten, die quatschen dann und so bist du dann drin, dann gehst du öfter hin und trittst dich. Ja, Markus, ja, ich wollte nie normal arbeiten gehen, kann diesen Satz nicht mehr hören, ja, ja. Mit denen, mit denen, das ist wie so, wenn man bundelt halt so an. Klar, es hat ja auch eine ungemeine Strahlkraft, du bist auf einmal wichtig, du hängst da rum, die Frauen kommen rein, du siehst das Geld, was über den Tisch geht, die Leute düsen dir ja auch einen vor. Ja, die Leute düsen dir einen vor. Ich kannte Leute, ich kannte Leute, ich kannte wirklich jemanden, der sich einen Ferrari monatlich geleast hat und wohnte wie in einem Mülleimer. Der wohnte, seine Wohnung war wie ein Mülleimer. Der hat sich von Monat zu Monat durchgehangelt, um diese Ferrari-Rate zu bezahlen. Wenn es dann darum ging, dass der Wagen mal neue Reifen brauchte, da war aber schon das Gesicht lang. Und natürlich erzählen die von außen, die haben dann einen Bündel Geld, in der Mitte hast du dann eine Rolle Fünfer und außen drum haben sie sich drei Fünfhunderter gemacht, die sie sich irgendwie ausgedruckt haben oder lass sie echt gewesen sein, scheißegal. Ja, wo ich mir gedacht habe, natürlich hat das so eine Strahlkraft, diese Autos und dieses nach außen. Das habe ich gesehen, was sich Leute für Markenklamotten verschuldet haben. Ja, ich kaufe Marisa oder mir auch gerne mal eine schöne Klamotten. Ich mag auch mal mir ein paar Turnschuhe kaufen oder sonst irgendwas, aber das Geld muss halt übrig sein. Ja, aber das habe ich gesehen, was Leute sich verschuldet haben für diese Äußerlichkeiten. Ja, wenn sich jemand leisten kann, wir leben im Kapitalismus, ist es völlig okay, wenn jemand Geld verdient und das Geld auch in den Wirtschaftskreis wieder reinsteckt. Aber dieses nach außen wird halt vorgegeben. Ja, ja, Mercedes, SLK, aber keine Socken zum Wechseln, ist so, ganz kaputte Nummer, ist so. Ja, ja, Geldklammer natürlich, Geldbeutel ist uncool, ist so. Aber das wird halt so vorgelebt, ne? Und dann dieses täglich Essen gehen, irgendwo rumhängen, irgendwann erst um neun oder um zehn aufstehen, dann zum Sport gehen, dann nachmittags irgendwie auf dem Kiez abhängen und begrüße ich da mit irgendwelchen Leuten. Es hat halt eine ungemeine Ausschallung, aber was da oft dahinter ist bei den Leuten, Mann, was saß ich mit Leuten schon zusammen, die echt große Nummern waren. Saß ich mit denen zusammen und was die dann erzählt haben, Alter, die hatten auch keinen Bock mehr, die wollten auch alle solide werden. Was habe ich mit Leuten drüber gesprochen? Alle wollten solide werden. Das sagt man einmal, das Milieu, und viele Milieu arbeiten aber darauf hin, irgendwann solide zu werden. Solide heißt dann, irgendein Business zu haben, was steuerlich und ordentlich geführt wird. Geld irgendwie kriminell zu verdienen, um dann solide zu werden. Weil natürlich in dem Leben so viel Schein ist, so viel Betrug, Lug, Neid, all diese Dinge. Und viele wollten da raus. Viele wollten da raus. Auch nach außen haben sie es gezeigt, als wenn es das geilste, größte Leben ist, das es je geben könnte. Mit Reingutsch habe ich ein Mädchen kennengelernt, die fand mich total toll. Und dann wollte sie unbedingt für mich arbeiten gehen. Und da haben wir dann auch gemacht. Das war dann meine erste Alte, sagt man dann immer so, die dann anschaffen war. Und die Weibel suchen sich eigentlich einem aus, nicht andersrum. Heutzutage ist ja mittlerweile so, dass die ganzen Mädels manipuliert werden. Und dann so Loverboy-mäßig, du bist mein nächster Schatz, komm, arbeite für mich und so. Aber zu meiner Zeit war es noch so, da haben sich die Frauen immer noch so die Typen ausgesucht, also aus dem Rotlicht selber. Und bei mir war es halt so, die fand mich halt toll. Und so lief es so. Dann war ich drin. Und dann ist das eigentlich nur noch, dann kam die nächste, dann habe ich da Geld, auf einmal laufe ich jeden Tag irgendwie. Erstmal waren es immer ein paar hundert Euro, dann waren es 1.000 Euro jeden Tag, dann waren es immer mehr, 2.000, 3.000 Euro. Klar, das verändert einen, ob das, ich tue mich das schwer, so ein bisschen zu verifizieren, dass das immer so ist, dass die Frauen dann gekommen sind, so geil, dich finde ich gut, für dich will ich jetzt arbeiten. Das klingt immer so, als wenn das immer ohne Manipulation und ohne Zwang war. Manipuliert worden sind die meisten Frauen schon. Dem wurde auch schon ein Leben vorgegaukelt. Schnelles Geld, alles halb so schlimm. Da gibt es ja auch so ganz bekannte Prostituierte, die so bei Instagram abhängen oder bei RTL3 irgendwie ihre Storys erzählen und so weiter. Alles halb so schlimm, ich bin so lustig, ich bin so gut drauf und so weiter. Da kann ich euch sagen, wenn da die Kamera ausgeht, das sind oft ganz traurige, gebrochene Seelen. Also, David Hollitsch schreibt auch gerade, früher war alles noch besser. Da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Tue ich mich gerade ein bisschen schwer mit. Ja, heute ist Loverboy Maschi, Loverboy Maschi ist auch eine gute 20, 30 Jahre oder noch älter. Die wurden auch schon reingetrickst, kann man sich auch die Dokus vom Kiez schon aus den 60er, 70er, 80er Jahren angucken. Die wurden da teilweise genauso rein manipuliert, mit Gewalt drin gehalten und so weiter. Ja, ist ein bisschen eine Relativierung, genau. Ich war nett und harmlos und konnte nichts dafür. Die Frau hat sich mich ausgesucht. Manchmal habe ich mich mit 10 Mill rumgelaufen. Einfach nur so, zur freien Verfügung. Ich habe ja keine wirklichen Verpflichtungen gehabt, außer mir selber. Und so war ich dann im Bremsgeschehen. Aber bei mir war aber trotzdem immer so, ich habe natürlich dann auch meine Erfahrungen gemacht, viel Lehrgeld gezahlt, auch viel mal auf den Kopf gekriegt und einfach auch Fehler gemacht, klar. Und diese ganze Nummer ist natürlich ein Fehler, da reinzugehen, aber für mich damals aus der Perspektive und habe gemerkt, dass dieses ganze Milieu natürlich extrem abgewichst ist. Dass sich jeder im Nächsten keiner gönnt irgendwas. Freundschaften gibt es da nicht. Freundschaften gibt es da nicht. Ich habe es ja auch im ersten Teil erzählt, gar keinem Kriminellen irgendwas erzählen. Wer kriminelle Kontakte hat und erzählt von seiner gut laufenden Firma oder sonst irgendwas, weil er irgendwie Bock hat auf Milieukontakte, man gönnt sich auch untereinander das nicht. Der eine kauft sich ein neues Auto, der andere kauft eine Immobilie, macht ein Geschäft aus und so weiter. Dann sitzen die anderen vier Brüder, sitzen dann irgendwo und sagen sich, ja, für wen hält er sich jetzt? Jetzt ist er was Besseres. Wie kann er sich das leisten? Ja, wieso habe ich das nicht? Das ist zu oft erlebt. Einfach zu oft erlebt. War dann viel. Ich war auch nie in so einer Gruppe oder so. Ich kannte auch ein paar Leute, aber war immer für mich. Ich habe so die Mädels gehabt und habe mein Ding gemacht, abseits von irgendwelchen Mareks, Albana oder was auch immer. Ich war nie so der Rudeltyp. Das hat sich dann verändert. Ich wollte gerade sagen, das mit dem Rudeltyp hat sich dann verändert und wir kommen jetzt auch schon zu dem letzten Teil für heute. Ja, ich bin aus einer Bar gekommen in Norddeutschland. Aber ich bin ja eigentlich im Urlaub. So ein bisschen handwitzig von Hamburg. Bin dann auf dem Rückweg in der U-Bahn gefahren und hatte ein bisschen was getrunken, aber nicht doll. Ja, jeder, der in so einem Verein war, wie ich weiß, wie heuchlerisch das ganze Clubleben ist. Ist so Alfred, der Chemiker. Ja, so einfach ist das. So einfach ist das. Also ich war noch, ne, hab dann einen Mann getroffen, so, weiß nicht, Mitte 40 oder so, kräftig, dicke Lederjacke, weiß nicht noch, braun oder so. Und ich hab damals ein bisschen was, irgendwann so Zigaretten noch geraucht. Das war so meine Zeit. Ich hab ein, zwei Jahre mal Kippen geraucht. Mach ich heute zum Glück nicht mehr. Und hab dann auf dem Bahnhof, innen Bahnhof geraucht. Und da kam er und hat mich voll gequatscht. Meinte, hey, rauch hier nicht. Was soll das? Rauchverbot war damals. Er hat ja recht gehabt, aber hat das dann extrem asozial und extrem respektlos auch gemacht. Für mich damals. Ja, damals, also dieses, ja, Respekt. Alle wollten immer mit Respekt angesprochen werden, aber nie haben wir mit irgendjemand auch Respekt vorgesprochen. Nur immer, wenn es darum ging, dass es auch jemand aus dem Milieu war, da wurde dann immer untereinander immer Respekt. Ich kann das Wort ja auch nicht mehr hören. Ich kann das Wort nicht mehr hören. Ich kann das nicht mehr hören. Mit mir wurde nicht respektvoll umgegangen. Mit mir wurde nicht respektvoll gesprochen. Der hätte mir meinen Respekt nicht gegeben. Oh, Digga. Dieses Wort tut mir einfach im Gehörgang schon einfach, einfach weh. Und wurde dann auch beleidigt. Ja, immer wieder Kanacken, die sich nicht an die Regeln halten. Da hab ich gesagt, komm, verpiss dich, Junge. Quatsch mir nicht voll. Ja, du wirst noch sehen. Und hat das dann so vor sich hingetockelt. Ich hab den gar nicht ernst genommen, weil er total betrunken war. Und in Hamburg, in den U-Bahnen ist das so, wenn du sitzt, du kannst so durch die einzelnen Waggons durchschauen. Die haben immer so Trennscheiben. Und du kannst dann in den Waggon immer reingucken. Und er hat sich dann in den anderen Waggon gesetzt und ich in den anderen und ich in die Fahrtrichtung. Er dann mich anschaut, in die Gegengesetze. So provokativ. Ganz am Ende, zu dem Sitz, der unmittelbar vor mir ist. Da war nur noch der andere Waggon. Und dann hab ich mich die ganze Zeit so angestattet. Das ist dein Auftrag. Ich war damals mit so einem kleinen Junge noch unterwegs. Kann ich mir schon vorstellen, wo die Reise hingeht. Ja, aber man glaubt halt. Jetzt wurde eben schon gesagt, ja, der war dann betrunken. Der setzt sich dann dahin und glotzt einen an. Dann war noch ein anderer Junge dabei. Und dann wird natürlich auch gesagt, ja, was glotzt der mich an? Ja, darf der das machen? Und dann zu zweit. Und wenn das mal hier nicht gleich in Gewalt endet, dann wäre das für mich eine große Überraschung. Das wäre für mich eine große Überraschung. Dankeschön, Alfred. Also, das... Man hat halt dann nicht die Größe, um zu sagen, scheiß auf, der ist besoffen. Digga, scheiß drauf. Das ist... Man musste halt, weil man in diesem Milieu war und hat gedacht, niemand darf mit mir so umgehen. Hatte man gar keine andere Handlungsweise. Das zeigt natürlich eine gewisse Größe, um zu sagen, Mann, der ist besoffen. Scheiß drauf. Ich setze mich um. Ich steige aus. Ich habe keinen Bock auf den Ärger. War ja selbst noch jung, aber der war noch jünger. Und dann sind wir zwei Stationen bis zur Endstation gefahren und dann habe ich den Typen eigentlich gar nicht mehr so auf dem Auge gehabt. Und dann bin ich aus der Tür raus und dann quatsche ich mit dem Jungen so, weil er wollte seine Anschlussbahn nehmen und die hat aber noch 20 Minuten gewartet und irgendwie so. Ich meinte, ich komme, warte, Digga, und hin und her. Und auf einmal kriege ich von der Seite so einen Schlag. so mit irgendeinem spitzen Gegenstand. Später hat sich rausgekommen, das war ein Schlüssel, den hat er so zwischen die Hand genommen und hat mir voll durchs Gesicht geschnitten und mir mal eine mitgegeben. Und ich war voll überrascht, bin dann so an die Tür ran und dann ist der weggerannt. So, ich denke mir, Alter, jetzt hole ich den. Dann bin ich dann hinterher und habe ihm ein paar mitgegeben und dann ist er hingefallen und ist er wieder abgehauen. Ich konnte auch nicht mehr so richtig laufen. Dann ist dann irgendwie so eine Wendeltreppe hoch und hat mich dann von oben nochmal angespuckt. Und dann bin ich völlig ausgetickt, bin dann hoch und dann haben wir uns dann oben gekeilt. Ich hatte auch was Spitzes dabei, kein Messer, aber irgendwas Spitzes. Wir haben uns dann angestochen und er hat auch versucht und dann ist er irgendwann liegen geblieben, habe ich einen K.O. geschlagen und dann lag er dann und bin ich dann weggelaufen nach Hause und einen Tag später kam die Polizei, habe ich festgenommen und dafür habe ich dann eine Jugendstrafe bekommen. Drei Jahre, ein paar Monate. Ja, muss man dann immer gucken. Wenn man dann angegriffen wurde, erschließt sich mir das nicht so ganz. Na klar, das Hinterherlaufen ist auch eine Tat. Der andere hätte dann ja auch was kriegen müssen. Muss man vielleicht nochmal nachfragen, wenn man mal persönlich spricht. Ja, jemand schreibt hier auch gerade Katju, deswegen schaue ich aus dem Fenster, wenn ich Bus und Bahn fahre. Ja, Leute, die sich von gucken getriggert fühlen, habe ich nie verstanden. Anspucken, geht in diesem Milieu gar nicht. Anspucken ist somit eines der größten herabwürdigsten Dinge, die du tun kannst. Also, jemand herabwürdigen damit ist, glaube ich, Maximum. Wenn man dann in diesem Leben so drauf ist, dann passiert das. Ist halt immer, wenn man sich damit beschäftigt, ich bin so wichtig, mir muss jeder Respekt geben, dieses Anglotzen und Körperhaltung und so dazu. 20 Monate. Ja, ist dann auf jeden Fall ja schon mal eine gute Stellung dann für die Leute, wenn man dann vorher, wenn man dann vorher eine Haftzeit hatte, auch in jungen Jahren, hat sich da gerade gemacht, hat sich seinen Respekt auf der Straße verdienen, hat einen Namen auf der Straße. Ach, ja, also, ja, Eifelschreie, ich bin froh, aus dem ganzen Mist raus zu sein. Auch wenn ich das höre, kommen Dinge einfach in mir hoch, dass ich sage, es gibt heute dieses mit Anglotzen und so weiter. Oh Mann, oh Mann. Belastet mich auch immer wieder, muss ich auch mal viel über mich nachdenken. Ich finde es gut, wie es aufgebaut ist hier von Sequenz. Das ist gut gemacht. Ich hoffe, dass wir den Kasper hier auch mal auf den Kanal bekommen. Kann man da vielleicht auch Fragen der Community durchgehen. Das würde mich auch sehr interessieren. Vielen lieben Dank, Leute, wir sehen uns morgen Nachmittag nochmal und dann bin ich drei Tage im Osterurlaub. Dann bin ich weg und dann bin ich aber auch wieder da. So einfach ist das kurz erklärt. Short Story, short erzählt. Und tja, muss ich auch immer wieder drüber nachdenken und bin einfach froh, dass ich ein neues Leben heute leben darf mit meinem kleinen Spatz hier zu Hause, mit Jordan, mit meinen drei Hunden, mit tollen Freunden. Bin ich einfach nur dankbar, dass ich mich mit sowas überhaupt nicht mehr beschäftigen muss, mich gerade zu machen und Respekt auf der Straße mit denen und den Leuten treffen im Hinterzimmer, im Café. Was hast du da gesagt? Einer deiner Jungs hat das gemacht. Der schnürt sich mir schon die Kehle zu. Also, vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid. Dankeschön an alle, die in Twitch Primer und meine Kanalmitgliedschaft. Dankeschön. Ehre geht raus. Vielen lieben Dank. dass ihr dabei seid und ich verbleibe einfach wie immer mit einem Ahoi von